Hallo und Herzlich Willkommen zu einem Runde Rage Mode dann schauen wir mal was es heute so geht also Schau mal da vielleicht mehr meine Axt wieder wo ist meine Axt mich gar nicht die mich doch hier hingeschmissen bock 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 hier Hehehe Eine Axt ist da geflogen Ich treff den nicht, das gibt's doch nicht Aber den hab ich getroffen Ich werde einen Schluck Ich versuche einen Schluck Ausflug Oh nee Ich werde einen Schluck Ich werde einen Schluck Ich werde einen Schluck Ich werde einen Schluck WTF? 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 Das gibt es doch nicht. Warum schießt der Trump vorbei? Ich bin so ein schlechter Schütze. Dann machen wir mal ein paar Runden hier. Wo seid ihr? Ja. Ich wusste, dass da einer ist. Ja. Ich wusste aber nicht, dass er mich aussieht. Okay, wenn ich ihn sehe. Warum bin ich da nicht reingekommen? Bäh. Egal. Was solls. Jo. 12 Kills. Noch einmal gestorben. Es gab schon mal bessere Zeiten bei mir. Iiii. Aber auch schlechter. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.